Und zwar Bodyguard Action. Das kann ich. Einfach jemanden bewachen. Wobei das manchmal natürlich auch richtig in die Hose gehen kann. Soll ich Abstand halten oder wie machen wir das? Was soll ich machen? Soll ich mit der Kiste fahren oder wie? So, ich war einfach hinterher hinter ihm oder was? Ich gehe mal davon aus, dass jetzt da noch andere kommen werden. Was macht er denn da? Also andere Gangster. Ich bin direkt hinter dir, Bro. Ich weiß natürlich nicht genau, was hier jetzt so passiert und wo er langfährt. Aber wir bleiben mal ganz nah dran. Ja, da macht er schon den ersten Schaden, aber ich war es nicht. Da kann ich dir den Rücken nicht frei halten, Freundchen. Da sind die ersten. Da sind die ersten. Jetzt habe ich auch schon einen Stern. Ich glaube, ich muss den wegrammen, Alter. Okay. Stehen. Fahr einfach, Junge. Fahr einfach. Fahr einfach, Junge. Fahr einfach. Ja, also wie soll ich, wie soll ich das machen? Soll ich da vor ihm fahren oder so? Ich weiß ja gar nicht, wo er lang muss, ne? Okay, da ist wieder einer. Ich habe keinen Muni mehr. Ich habe keinen Muni mehr, Bruder. Ja, also, das ist ja wirklich eine dämliche Mission. Dämlicher geht schon gar nicht mehr. Da sind die dämlich, oder was? Weg da, ihr Idioten. Oh Gott, oh Gott, Alter. Jetzt geht es los hier. Ich versuche mir mal den hier zu krallen. Loll, also wie soll ich denn das machen? Junge, seid ihr bekloppt, oder was? Ich glaube, da brennt irgendwas, ne? Ich weiß nicht genau, was seine Aufgabe ist. Auf jeden Fall ist er, glaube ich, ein bisschen... Kommt der jetzt her? Junge, was ist los? Vielleicht sollte ich die Kiste fahren. Ist das Original, was der hier macht? Keine Ahnung. Ich glaube, er möchte raus. Aber er hängt irgendwie fest. Du kannst ja auch nicht ausdenken, ne? Du kannst ja auch nicht ausdenken. Oh, da kam ein Auto. Hallo? What's that noise? What's that noise? Jesus, get out of my way! Ich weiß nicht genau, wo er langfahren möchte. Ich glaube, die andere Seite, ne? Gut, dann muss ich mal versuchen vorzurennen und... Ja. Okay. Komm, ich brauche mal kurz deine Karre hier. Scheißegal, ob das jetzt eine Limousine ist oder nicht. So, ich bin direkt hinter dir. Vielleicht reicht's ja noch. Ich glaube, er hat schon wieder was abbekommen, ne? Ein bisschen. Das ist doch ein bisschen situationsbedingt, würde ich mal sagen. Gruppe 6. Weil ich kann dann natürlich aussteigen und die Autos wegfallen aber. Wenn die dann explodieren... Ist jetzt auch nicht so geil. Und da ich keine Muni mehr hab, kann ich Handfeuerwaffe. Wo ist denn das Ziel, Alter? Also, ich müsste mal wissen, wo der überhaupt hin will. Dann könnte ich auch sagen... Okay, schafft man oder schafft man nicht mehr? Was macht denn der, Alter? Was ist das für eine Scheiße? Die KI ist komplett überfordert, ne? Mit dem... Mit der Anforderung hier. Der ist komplett überfordert, Alter. Guck mal. Jetzt wäre fast umgekippt und dann wäre es vorbei gewesen. Ich fahr hier in der Limo, Alter. In der Limousine. Ja. Ach, guck mal. Ja, da wird wieder hart geballert. Ja, der ist gleich hin, Alter. Das noch... Ein Schuss und der ist weg. Ja, und da sind sie auch schon wieder. Wie soll ich denn den jetzt davon abhalten, den zu rammen? Also, wenn er es jetzt noch schaffen sollte, dann ist er echt gut. Alter. Die muss weg. Oh, ich habe es geschafft, Alter. Guck mal. Er ist in der Garage, Alter. Aber das war knapp. Okay. War knapp, aber geschafft. Geschafft ist geschafft, Freunde. Das war mal. Ich will es jetzt nach hinten. Wir sehen uns jetzt schon mal. Wir sehen uns also. Untertitelung des ZDF für funk, 2017